malzeit und willkommen zurück zu einer weiteren folge awkward dimensions redux wir spielen dort weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben und zwar ist es hier in diesem klassenraum wir müssen einen deep breath holen das haben wir die ganze zeit schon gemacht und ich habe absolut keine ahnung was wir hier weitermachen müssen es ist auf jeden fall so dass ich hier irgendetwas kann ich irgendwas erkennen nun kann ich auch nichts erkennen ich kann wieder aufstehen noch irgendwas machen there is nothing you can do about it you adjust the score is that is the number what the fuck is going on here hold take a deep breath ja habe ich doch schon gemacht vielleicht müssen wir das in einer bestimmten anzahl machen fünfmal oder so vielleicht legen wir dann erst los wird die mucke anders die mucke wird anders ok wir lassen dann einfach mal die augen zu wir hören uns das jetzt einfach mal an die mucke wird immer übler ach ich halte die ganze zeit den atem an oder was sterbe ich jetzt gerade ok Der Mucke ist auf jeden Fall krass. Ah, das ist das Lieflauf. Übel laut. Ich will jetzt nicht einfach wieder die Augen ausmachen, ey. Da klingelt genau dann mein Handy. Alles klar, das war auf jeden Fall das Richtige, was wir gemacht haben. Department of Agriculture. Happy Campers Campground National Recreation Area. Whatcha doing? Eating chocolate. We'll get it from the dog. Where is he? At the door. What's he doing? Making more. Okay. Making more chocolate at the door is witzig. At the door. At the door. Wird's grad hell? Okay. Was zur Hölle? Na. Das ist mal ein anständiges Feuer. Es geht hier ab. Das Feuer ist aus. Das Feuer ist aus. Sit at table. Das Feuer ist aus. Das Feuer ist aus, Kollege. Ja. Sterne. Ich kann nichts machen. Okay. Okay. Ja, alles klar. Just make it quick. So the level starts with some jazzy music. Okay. Now is the heist, an assassination, the player knows their objective and has to grapple look over the wall. Grapple onto ledge. Grab rope. And then jump. Hold. Then jump. Okay. Okay. Destruct the guard dogs and assassinate his target except for one catch. Alles klar. Ich muss also irgendwas klauen. Your target ist da vorne. Dan, 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 dan. Nice. Auf einmal bin ich so voll der Verbrecher. Wie ist denn mein Springverhältnis? Oh, nicht so gut. Das heißt, ich kann da nicht rüber springen. Das heißt, ich muss hier von der Mauer runterspringen. Just make it quick, sagt er. Ich hoffe, dass, wenn ich jetzt hier runterspringe, mich nicht irgendjemanden... Sitzt da einer? Ne, das ist mein Target, ne? Oh, shit. Was? Moin, Jungs. Was geht denn da im Hintergrund ab? Er hat erstmal die Zahnspange am Start. Astro Camp. Ah. Okay. Find the way out. Da ist er doch. Okay. Aha, aha, aha. Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich hier lang gehe. Von da oben könnte ich dann da hin. Also muss ich da lang. Okay. Okay, ich muss also doch da unten lang. Nein. Nicht aus Versehen. Runtergefallen. Also nochmal. Ich muss... Hier vorne. Ja, da muss ich hin. Arriba. Bounce. Okay. Hier wieder sehr schöne Mucke. Es ist fucking hell. Also, like shit. Und ich habe hier Verkehrsgeräusche am Start. Okay. Was zur Hölle, ey. Ähm, die Steuerung ist manchmal richtig awesome. Boah. Sag mir nicht, ich muss da hoch. Nee, das geht hier nicht. Ich drücke W, A und die Leertaste. Keine Ahnung, ey. So, jetzt muss ich hier hoch, oder was? Äh, nein, bitte nicht nochmal alles von vorne, oder? Ach, du kleines Miststück. Du ahnst es doch nicht. Boah, dieses Gehupe geht mir ja maximal auf den Jochen, ey. Da muss ich hin. Soll ich da einfach mal runter springen? Ach, hör auf. Leck mir doch den Arsch. Leck mir den Arsch, Alter. Okay. Da komme ich nicht drauf, ne? Hä? Doch. How did you do that? Ja, ich fasse es nicht. Alter. Okay, nicht schlecht getrollt, mein Lieber. Was zum... Oh, ich dachte gerade, er hat mich schon wieder getrollt. Hä? Was ist das? Steam-Rezession? Not recommended. In short terms, this is the most obnoxious game I've ever played. Lol, hat er die Dinger hier reingenommen, oder was? Was soll ich machen? Also ich finde das Spiel cool, deswegen berühre ich hier nur positive Sachen. Kann ich da drauf springen? Yay! Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja, aber was zum... Da vorne ist ein Spalt. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall auch rezesieren. Kann man auf jeden Fall mal echt machen, ey. Na gut. Für jemanden, der es jetzt bei mir hier auf dem Kanal noch nicht gesehen hat, wird es auf jeden Fall eine Hilfe sein. Für jeden, der es hier gesehen hat. Ja, gut. Was will man da noch eigenes durchspielen, ne? Vielleicht, wenn man... Mann, jetzt da nochmal ruhig. Wenn man vielleicht selber irgendwie mal Bock drauf hat, diese Experience hier durchzuwandern, okay. Aber, naja. Hätte ich mir das Gameplay hiervon angeschaut... What the... What the fuck was in that weed? Ja, kann ich dir auch nicht sagen, ey. It's an interesting little game. Buff. Bsch. Bsch. Okay. Wir kommen diesen Streifen da immer näher. I got scared when I saw that chicken. I got scared when, ähm... Mit dieses kleine Geräusch in der letzten Folge. Oder war das diese Folge? Nee, ich meine, das war in der letzten Folge. Mit diesen Lichtern. Was ist denn das? Wow. Okay. Hier fliegt noch so eine Steam-Bewertung rum. Wee. Ja, das ist mein kleiner Durchgang. Könnte auch ein Hinterhalt sein. Ich kann nicht... Ich kann nur Wörter von dem da vorne lesen. Maximal zwei, drei hintereinander. Okay. Wir sind... Okay, was ist da vorne? Das ist die Tür? Alter. What the fuck? Das erinnert mich ein bisschen an die Unglaublichen. Wo dieser Lava-Dings sich gespalten hat. Vielleicht auch ein bisschen an Matrix und vielleicht auch ein bisschen an Dragon Wars. Zimmer von Rom ohne Zeit-Dings gedönst. Okay. Was ist jetzt los? Rauh-Faser-Tapete. Ja. Wird Zeit aufzustehen, oder was? Awkward, Dimensions-Ridux. Okay. Das scheint das Spiel gewesen zu sein. Nicht schlecht. Nicht schlecht. War auf jeden Fall witzig. Special thanks, Mom and Dad. Nice. Ja, wie fandet ihr das? Ich fand's auf jeden Fall richtig witzig. War auf jeden Fall abgefahren, ey. Ich mag sowas. Würde ich gerne nochmal spielen. Also mehr davon. Kann ruhig noch ein paar Games in diese Richtung machen, der gute Mann. End of you, Kors. End of you, thanks for playing. Okay. Jetzt läuft hier noch ein bisschen Mocke. Anscheinend, bis man Escape drückt oder irgendeinen anderen Knopf. Alles klar. Dann würde ich sagen, beend ich den Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet gerne den Part. Lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich übelst dafür interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert nicht zu sehr. Rutscht gut rein. Und wir sehen uns dann 2017. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Kowski.